Ein wesentlicher Vorteil der Digitalisierung ist das Sammeln, Auswerten und Aufbereiten von Daten, um es mit Rückschluss auf den Betrieb einer Maschine zu erhalten. Die Funktion Maschinendaten History Report umfasst die Möglichkeit zur Analyse von Maschinendaten und agronomischen Daten. Dabei können nicht nur einzelne Aufträge oder Arbeitstage, sondern alle Daten ab dem Tag der Registrierung abgerufen werden. Diese Reports können zum Beispiel bei der Abrechnung von Lohntätigkeiten oder Mietmaschinen unterstützen.